Hallo! Nico, ich hab deinen Song gehört! Geht's auf Bullshit! Let's go! Die sind alle gut! Welches Weihnachten? Heute ist noch Weihnachten, ja. Ich bin vorbei. Ja! Ja, ich hab gestern Oma besucht. Ich hab noch wieder ein negatives Erlebnis gehabt. Weil wir an... Nee, diesmal aussichtsweise Rachen, ne. Weil ja Weihnachten war. Haben sie ja nicht Ölbohrungen im Hirnstamm durchgeführt, ne. Ähm... Ja, war trotzdem negativ. Dann hab ich also Oma gestern besucht. Und dann bin ich zu, ähm... Kumpel noch ganz kurz gefahren. Und dann bin ich bei Mama, äh... Kaffee trink... Ja! Dann bist du viel zu lassen! Dann bist du auf die Siegelbesch curve. Oh ja... Oh ja... Wissen Sie mit! Und dann kann ich mir hierheraue! Herr, dann bist du einfach mal! Oh ja... Das war's für heute. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Move it! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.